Der gesamte Antriebsstrang ist unheimlich wichtig nach wie vor und da zählt das Getriebe natürlich besonders mit, weil es steuert eine ganze Menge. Wir haben es auch gesehen, die Funktionen des Getriebes sind heute mehr als nur die Gangwahl zu bestimmen. Von daher gesehen ist das Getriebe unter Fahrkomfort, aber auch insbesondere unter Verbrauchsgesichtspunkten ganz, ganz wichtig. Erstaunlich ist, dass die Schere zwischen dem, was der Kunde möchte und dem, was die Industrie anzubieten für den Markt immer weiter auseinander geht. Sie haben gerade hier auf der Bühne eine Studie vorgestellt, die Sie kürzlich abgeschlossen haben. Da ist abzulesen, dass es eigentlich den zukünftigen Kunden immer weniger interessiert, was unter der Haube passiert. Hauptsache es funktioniert gut. Bringt das so eine Industrie nicht auch ins Wanken? Absolut nicht, weil Sie sagen selber, es muss gut funktionieren. Das heißt, es muss eine hohe Qualität haben, es muss aber auch Anforderungen erfüllen an Fahrkomfort, an Sicherheit und an Verbrauch. Von daher gesehen sind diese Techniken, die heute entwickelt sind, die in der Zukunft in die Fahrzeuge kommen werden, von großer Bedeutung. Damit das, was vielleicht von junger Generation als Hygienefaktor bezeichnet wird, dann auch tatsächlich im Fahrzeug ist und man sich auf die Dinge konzentrieren kann, die man für wichtig empfindet. Vielen Dank.